Was, wenn das Kind von einem Deutschen ist? Würde ich nicht behalten. Weil ich bin nicht da stolz drauf. Wie soll ich mein Kind aufwachsen? Soll ich mit ihm Deutsch reden? Mag ich nicht. Digga. Weil die Sprache, auf die sich gerade unterhält, ist nicht Deutsch, Digga. Und ich glaube, Deutsch ist bestimmt nicht die Sprache, die sie am perfektesten spricht. Am besten spricht. Von welcher Nationalität würdest du das Kind behalten, aber? Boah, Türken, Afghaner, Araber, Marokkaner, sowas. Also es wäre jetzt noch ein bisschen zu früh, aber... Boah, ich weiß ehrlich nicht. Es hängt halt auch davon ab, von wem das Kind wäre. Die sagen genau das gleiche, was ihre Freundin sagt. Auch krass. Und ich würde mir halt dreimal überlegen, ob ich es behalten würde oder abtreiben. Weil ich habe auch richtig Angst vor Geburten. Oder ich würde halt irgendwie das Kind anders loswerden. Ich weiß nicht. Ich würde es anders loswerden. So crazy. Digga, also die sind echt am Ende, ja. Digga.